Hallo, ich bin Rudi Falovegi. Ich spiele Rückraummitte bei dem TVB Stuttgart. Mein Sohn ist in Nantes geboren. Er ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Ein richtig cooler Typ. Wir tanzen sehr viel zu Hause. Das ist ein regelmäßiges Programm. Er liebt fast alle Musik. Er tanzt mit dem Kopf, benutzt die Hände auch. Das ist ein richtig schönes Thema, damit wir meine Frau immer ein bisschen irritieren können. Mit Metall natürlich, was immer zurückkommt. Das ist ein richtig männliches Programm zu Hause und das genieße ich immer. Meine Schwestern sind jetzt 22 und 18 Jahre alt. Meine Familie ist sehr wichtig für mich. Keine Frage. Dieses ganze Erlebnis, das wir als Geschwister, als Familie hatten, ist sehr wichtig. Es ist ein großes Ziel für mich, dass ich ein solches Leben für meine Kinder auch generieren möchte. Unsere zweite Kinder sind schon auf dem Weg. Wir warten sie im April. Das ist sehr aktuell, was bei uns jeden Tag passiert. Es geht sehr viel darum. Wir sind auch sehr gespannt. Und der wichtigste Punkt in meinem Leben in meinem Leben ist natürlich meine Frau. Ohne sie wäre es nicht möglich, das Leben mit Handball, mit Sport so konzentriert, so ruhig zu machen, dass ich gleichzeitig weiß, dass zu Hause alles in Ordnung ist und alles in die gute Richtung geht. Und wir haben uns letzten Sommer verheiratet und das war eine richtig schöne Story, dass wir unsere Traumhochzeit quasi organisieren könnten. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben und ich möchte mich noch einmal bedanken für meine Familie und dass wir alle gesund sind. Das ist das Wichtigste.